Hey Leute, willkommen zurück zu God of War. Ich hab gesagt, ich mach den Sprung, aber das mach ich jetzt doch nicht. Wir gehen erstmal hier rein. Ja, lass die Tür unter uns zufallen. Wunderschön. Oh nein. Oh nein, du Penner. Oh, ein Schlag genügte. Hey, das geht jetzt voll schnell mit dem Gorgonen. Äh, nee, ist ja immer noch nicht abgebradet. Also zu schlagen geht's sehr schnell. Ah ja. Oh. Guck mal, ein Treffer. Oh, kaputt. Reicht das jetzt? Nein. Knapp. Oh, bald reicht's. 262. Also ein Balken noch. Dann hab ich endlich mein Gorgonenauge auf Maximum. Maximum! So. Lebensenergie und Mana ist übrigens schon auf Maximum. Zerschmettert. Zerschmettert hat hat hat. Oh, nös. Da ist schon wieder ein Nettes. Fetter Ogre. Kann ich sie überhaupt versteinern? Tatsächlich. Yes. Näh. Nee. Bei den Nade. Bei den Nade. Nein. Hündchen, sitz. Hey, jetzt weicht's mir mit euch hundert. Die machen ja nicht viel Schaden, ne? Aber die sind so lästig. Nein. Hey. Ihr kleinen Kackpratzen. 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 Ruhe jetzt. Ist Ruhe jetzt. Jetzt können wir nämlich hier die Hydra... Äh, die... Medusa! Rar! Versteinern. Neue Fähigkeit. Stärklaß versteinern. Gorgonentorn. Alle umstehenden Feinde versteinern. Yes. Und die haben wir auf Maximum. Würde ich sagen, als nächstes mal mal... Atem ist Klinge, oder? Machen wir die mal. Die finde ich eigentlich ganz schnieker. Obwohl ich die gar nicht mehr nutze, die letzte Zeit. Lass mich doch mal rauf hier. So. Das ist cool. Was haben wir da? Oha. Ach, sieh mal. Da kann ich jetzt bestimmt das Ding zum Einsturz bringen. Da, guck mal. Seht ihr? Warte, warte. So. Lassen wir mal so. Und jetzt stehen die Schnurrkarten. Wunderschön. Das hätten wir. Hui. Gut. Und hier? Jawohl. Bekischt. Bekischt. Nehmen wir mal Lebensenergie. Ich glaub, die kann ich brauchen. So. Der Gorgonenzorn ist jetzt nämlich voll. Oder der Blick der Gorgonen. Oh. Schade. Schade. Da geht's nicht hoch. Naja. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt den Rückweg einigermaßen unbeschadet überstehe. Gleich bei diesen blöden, blöden Rädern. Diese... Diese messerscharfen... Schneide-Dinger. Wer macht sowas? Och ne. Gegners? Ist mir egal. Okay. Was ist jetzt hier? Aha. Wow. Verstehe ich jetzt nicht. Wie... Muss ich da etwa noch eine Statue finden jetzt? Also war das ein Muss? Das war kein Kann. Das war ein Muss. Oh nein. Irgendwas rumst du hier doch. Aber das war eine Statue. Die hab ich jetzt hier drauf geschoben. Die muss... Oh oh. Nein, sei da auf den Steinert. Sei da auf den Steinert, du Arsch. Oh du Penner. Leifel Steinert. Ja, hat sich noch geklappt. Au. Nein. Au. Au. Hol dich doch, Mensch. Ich mach ja keinen Quick-Time. Scheiß auf den Quick-Time. Ist da noch eine Statue irgendwo in der Wand? La 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 la. Du musst doch irgendwo was zum Schieben sein. Wie soll ich denn dann die Tür offen halten, sag mal? Das geht doch gar nicht. Guck mal, wenn ich das jetzt... Das geht doch nicht. Warte mal, ich schiebe... Kann ich die da runter ins Loch jetzt schubsen? Ah. Ich weiß es. Was da passiert. Dass das Spiel mir das immer wieder vor Augen halten muss, verstehe ich halt nicht. Kann ich die da runter schubsen? Geht das? Geht sogar. Warum sollte ich das tun? Muss ich den dann oben dort rücken? Wenn alle drei auf sind, ist halt permanent auf, oder was? Schön. Ich meine, wenn das jetzt nicht möglich gewesen wäre, hätte man mich das nicht machen lassen, schätze ich. Das ist halt scheiße. What? What? Also von meiner Warte aus hat es ausgesinnt, als würde das reichen. Von wo darf ich jetzt? Bitte nicht... Ja. Ja, Spiel. Achso, gut. Gut. Ne. Ne. Ne, ne, ne. Gut. Das hat gepasst. Ich werde nochmal speichern. Haha, ich glaube, ich bin doof, oder was? So Dinger brauche ich nicht, ne? Echt nicht. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder fünfmal sterben und dann geht's weiter. Ich weiß ja, ob ich jetzt die Säge zu kloppen kann. Da ist keiner. Ja, ja. Jetzt wieder auf Zeit, ne? Alles wunderbar. Geh zurück, du blödes Rad. Oh Gott. Nein. Ey, komm, das ist doch scheiße. Wenn ich jetzt hier runtergehe, geht das eh wieder runter. Wie soll ich das denn machen? Ich brauche irgendwo noch ein Schwerding, Beschwerding. Eine Statue oder sowas. Ey, wie soll ich das denn machen? Wie denn? Guck mal, jetzt habe ich unten die Statue. Und jetzt? Ja, toll. Und du? Jetzt geht das wieder runter. Ja, klasse. Was soll ich jetzt tun? Ich habe ja keine Statue mehr zum Schieben. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt, es gibt nur eine. Ach man, Leute, so ein Rat. Ich muss wahrscheinlich wieder irgendwie nachsehen. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn hier machen? Da drin sitzt. Ach so, das ist vielleicht der Halbverfaulte da. Der hat dann nochmal das Seil rauf. Was kann ich denn hier tun? Sollen wir mal. Vielleicht gibt es ja noch was. Nee. Okay. Leute, ich muss mal nachschauen. Ich habe echt keinen Plan. Es nervt mich gerade so ein bisschen, wenn ich keinen Plan habe. Wow, Leute. Ich bin gerade selbst draufgekommen. Ich musste mal... Oh Gott. Ich bin so blöde, ne? Ich habe da noch den Kran mit dem Stein. Ich habe nämlich gerade überlegt. Ich kann doch irgendwie bestimmt den Stein noch irgendwo anders drauf krachen lassen. Und dann habe ich mir gedacht so... Natürlich. Ich kann ihn auf den Schalter legen. Ja. Ja, ja. Das kommt einem immer erst in den ruhigen Minuten, wenn man nicht kommentieren muss. Ich denke, vielleicht habt ihr schon ungefähr so einen Sinn dafür, wie das ist. Wenn man nicht die ganze Zeit nachdenken kann, sondern wirklich reden muss. Und man dabei nicht wirklich alle Gedanken beisammen hat. Das ist nicht leicht. Deswegen. Bevor ich mir irgendwas anhören darf. Bruder, du bist so verpeilt, ne? Selber probieren. Und ihr werdet jetzt sehen, wie das ist. Ah. Furchtbar. Muss da erstmal drauf kommen. Ich habe jetzt echt nicht nachgesehen. Nur mal so. Also, mir ist es echt gedämmert, während ich Pause gedrückt habe, quasi. So, warte. Warte. Nein. Dreh den Scheiß. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, ich könnte es auf die andere Seite machen. Aber dann ist ja... Das ist ja... Also, time-basiert. So zeitig, ne? Wisst schon. Ja, ja. So war es euch das. Well, Kratos. Draußen schreien irgendwelche Kinder auf der Straße. Boah. Scheiß, war es knapp. 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 Ne, ne, ne. So. Ich habe es wahr. Ich habe es jetzt. Ich mag es nicht, wenn ich so ahnungs... Was ist das? Ahnungslos. Wenn ich... Wenn ich nicht so weiß, wie der Hase läuft. Das mag ich gar nicht. Dann denke ich mir immer, bist du doof, ne? Ja, hallo. Strücke. Guckst du, Strücke? Hä? Ich wollte gerade sagen. Passiert da jetzt nochmal? Still in the white. Nein. Oh Gott. Nee. Hardcore God of War. Einfach spielen mit einem Leben. Eben hat es kurz gehackt, aber ich habe es geschafft. Ach, guck mal, dass der Architekt dazu selbst ermordet, ja? Bevor er noch jemanden anderen ermordet hat. Vielleicht seinen dritten Sohn. Ich habe dir erstmal die Einrichtung kaputt, ja? Bevor ich irgendwas mache. Ist das okay? Danke. Auf dem Zettel steht, wollte mich aufhalten und sagte, die Götter und ich seien Narren. Doch diese glaubten an mich. Man musste sie stoppen, aber meine Familie ist weg. Ich kann nicht weitermachen. Wer ist das denn? Ist das die Frau vielleicht? Das ist die Frau. Hallo. Alter, ich will... Komm, puste, puste. Oh, 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 oh. Oh. Es geht. Oh, Alter. Oh, wie mies. Jetzt muss ich der Frau noch den Kopf abreißen. Summer. Kratos, du kennst aber auch... Oh Gott. Der ist so pietätlos, der Kerl. Kopfjäger. Aber andererseits, warum macht der Architekt das auch? Warum? Warum? Ist doch crank. Ist richtig crank. Einfach mal die Köpfe seiner Familie dafür zu nutzen. Wip, wip. Machen wir jetzt die Büchse der Pandora? So ein verrückter Kerl, dieser Architekt. Vor allem, dass die Maschinen so lange Zeit überdauert haben, und das wundert mich doch schon sehr. Oh, da sind noch mehr Kisten. Ist. Hm? War jetzt auch wieder nicht so viel, leider, ne? Guck mal. Manchmal ist da kaum was drin an Orbs. Warum? Warum haben die das so? So. Hm. Kommt jetzt wieder ein Bosskampf? Ich fand den Taurus ja ziemlich cool. Den Minotaurus. Den Metallotaurus. Der hat Spaß gemacht, wirklich. Also auch wenn ich es nicht gerafft habe die meiste Zeit, was ich tun muss, hat es doch Spaß gemacht. Oh, na. Sieht aber ganz nett aus, diese Backflip. Guck mal. Ups. Kann ich da auch schneller runter? Ne. Ich bin ja immer in Versuchung, hier ganz schnell runter zu springen, wenn ich sowas sehe, so eine Wendeltreppe. Obwohl es ganz nett aussieht eigentlich, immer so eine Perspektive zu haben. Ist das schön. Okidoki. Ach. Ach. Ach, 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 ach. Irgendwelche Waltzen oder was? Oh. Hades, Zeus und Poseidon. Oh man, es ist echt bald zur Zeit. Ho, 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 ho. Oh, oh. Au. Was? Was ist das? Ich würde... Es ist... Was ist das für ein Scheiß hier? Guck mal. Ja, ja. Äh, roll doch weg, Kratos. Diese dummen Waltzen nicht wären, ne? Und diese blöden Bogenschützen noch schlimmer. Oh ja. Explodier genau, wenn ich drauf springe. Was ist denn hier los? Ey. Ey. Ey, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt lasst mich mal hier, bitte. Ey, die kommen aber auch immer wieder, diese blöden Bogenschützen, ne? Ey, ey, nicht in die Walzen. Ey. Na. Nein. Nein. Die Tür. Nein, nein. Die jetzt hier vorne wenigstens weg, die Bogen schützen. Nein, 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 nein. Alter, das ist doch scheiße unfair. Lass mich. Ja, ja. Ey. Und wieder in die Walze. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Weg da. Nein. Ey, es ist der letzte Rotz hier. Ey, ich komm nicht mehr weg. Ja, gib mir Leben, bitte. Wann hört denn das auf? Nein, nein, nein. Nein, nein. Nicht. Oh, Leute, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ja, ja. Ja, ja. Nein, nicht in die Walze. Ah, Mann, ey. Verpisst dich doch mal jetzt. Oh, halt die Schnauze. Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein. Alter Schwede. Was für ein Drecks. Nein, nein. Nein, nein, nein. So ein dreckiger Dreckskampf. Ich pack's ja nicht. Was? Erzwo. Ein Bild eines Mannes, der mit Zeus kämpft. Es ist ein Bild der Zukunft. Leck mich doch fett. Leute, was für ein Dreck. Dieser Kampf hat mir keinen Spaß gemacht. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal mit God of War. Boah.